Die Märkte in bester Stimmung. Wir fangen mal mit dem amerikanischen Markt an, in dem Fall mit dem Dow Jones, aber den DAX, den werden wir uns natürlich gleich auch noch angucken und der ist nicht wirklich viel schlechter unterwegs, zumindest mal im großen Bild sieht das ganz gut aus. Der Dow Jones, aktuell, wenn wir hier so das hintere Ende angucken, sehr steil unterwegs, aber ich muss ganz ehrlich sagen, von allen Aspiranten, die wir uns jetzt angucken, finde ich den Dow Jones am doofsten im Intraday-Chart zumindest mal. Naja gut, ist es wirklich so schlimm? Na, das hintere Ende ist erstmal super, aber dieser Anstieg, den wir hier haben, das ist nicht vom tiefsten Punkt aus. Wir haben hier einen tieferen Punkt, wir haben hier einen tieferen Punkt und sehr vereinfacht gesprochen, wir sind hier schon in der Aufwärtsbewegung seit hier gewesen, das heißt, wir können nicht sagen, dass das die erste Welle nach oben ist. Ich mache es mal ein bisschen größer, dann sieht man das leichter. Also hier 24. Februar zur Orientierung, 8. März. Wir sind hier also nicht in der ersten Anstiegsbewegung, sondern wir sind schon eine Weile in der Aufwärtsbewegung und deshalb ist es ein bisschen schwierig, davon auszugehen, was hier als nächstes passiert. Vereinfacht allerdings, sollte es als nächstes mal ein Päuschen geben, geht sicherlich nochmal ein bisschen weiter hoch. Und da sind wir schon gleich beim nächsten Kandidaten. Den finde ich nämlich deutlich besser. Das ist, achtet auf dieses Bild und ich switche in 3, 2, 1, jetzt. Das ist der S&P. Dann seht ihr, dass dieser Tiefpunkt hier tiefer ist als der. Das heißt, dass wir hier eine gute Voraussetzung haben, dass das eine erste Bewegungswelle ist, weil der Kurs kam hier von da. Manch einer würde sagen, aber der war doch noch tiefer. Das stimmt, aber diese ist kürzer als diese und damit ist das ein echter Tiefpunkt. Und damit qualifiziert sich, ich mache es mal wieder groß, diese Bewegung als eine mögliche erste Welle, die, sobald wir etwas Wackeliges, eine A, B, C Korrektur oder so eine Mehrfach. Wackelig ist immer so ein Ausdruck. Viele wundern sich, Mensch, das ist doch kein Fachausdruck. Manchmal habe ich auch Spaß gesagt, das ist ein Fachausdruck aus der Erdbebenwissenschaft. Aber es ist etwas, was ganz klar andeutet, dass das nicht die gleiche Stärke hat wie das hier. Und dementsprechend eine Gegenbewegung ist. Und wenn die zu Ende ist, und das könnte zum Beispiel einen Hinweis geben, wenn wir hier dieses Zwischenhoch durchstoßen, dass sich das nochmal fortsetzt. Mindestens das nochmal fortsetzt, was wir hier vorne haben. Und da wird dann neu entschieden, ob wir sogar weiterlaufen oder ob der Kurs sagt, komm, lass erst mal gut sein, wir sind hier noch in irgendeiner Korrekturphase drin, irgendwo hier wird wieder gedreht. Die Marken sind jetzt noch sehr grob. Ich kann mal diesen Trendkanal mal einzeichnen, dass man so eine Idee haben kann, wo das Ganze hinmünden kann. Also zum Beispiel hier so in dem Bereich, das ist im Future 4.450 in etwa. Das wäre so eine grobe Idee, dass man sagt, okay, das lässt man irgendwie so sein. Dann haben wir eine gewisse Symmetrie. Da mag ein gewisser Widerstand sein. Es ist nicht die Ankündigung, dass er hier auf jeden Fall dreht. Aber ich sage mal, bis dahin haben wir eigentlich viel luftleeren Raum, dass der Kurs da hinläuft. Es wäre eigentlich Pattern-mäßig, wie man so schön sagt, eine sehr, sehr normale typische Kiste. Und ob er da dann doch weiterläuft, kann sein, oder ob er umdreht, kann sein, werden wir hier sehen. Und das ist die Krux, viele schimpfen dann und sagen, ja, aber das will ich doch wissen, das muss ich doch vorher wissen, ob er da dreht. Aus Händlersicht nicht unbedingt. Als Händler steige ich ja auch nicht hier ein, sondern als Händler warte ich, bis er einen Rücksetzer macht. Dann habe ich die Möglichkeit, mindestens mal bis dahin drin zu bleiben. Und wenn ich guten Mutes bin, bleibe ich in der Position, ziehe aber den Stop auf meinen Einstieg nach. Dann kann mir nichts mehr passieren. Wenn er dann weiterläuft, super, wenn er nicht mehr weiterläuft, habe ich vielleicht noch einen kleinen Gewinn oder von mir aus auch plus minus null. Aber ich habe kein Risiko. Wenn er dann also das macht, sage ich mir, na gut, hat nicht sollen sein. Leider ist der da oben nicht gekommen, obwohl ich mir den gerne gewünscht hätte. Oder aber, das ist etwas, was ich mehr mache, häufiger mache, ich nehme da Gewinne mit, weil ich sage, ab hier weiß ich wieder nicht. Das heißt, ich habe dann halt nur diesen Gewinn. Und wenn er umdreht, freue ich mich, weil ich einen guten Gewinn gemacht habe. Und wenn ich sehe, dass der Markt weiterläuft, freue ich mich, dass ich einen guten Gewinn gemacht habe. Und ich persönlich bin dann nicht traurig, dass ich noch mehr hätte verdienen können. Das muss man eben wissen, ob man da eher so tickt oder so. Das ist unterschiedlich, da will ich gar keine Lanze brechen für die eine oder andere Seite. Ich möchte immer gerne das haben, was ich erwarte. Und mehr muss ich nicht haben. Wenn es sich anbietet, freue ich mich. Aber wenn ich es nicht sehe, wenn ich es nicht mitkriege, dann halt nicht. Aber wer dann Angst hat, dann verpasse ich wieder was, das macht mich kirre. Ja, der muss halt damit leben, dass er seinen Stopp dann auf den Einstieg zieht. Und im schlimmsten Fall alles wieder verliert. Aber im guten Fall eben noch viel mehr Gewinne machen kann. Das ist eine Typfrage, was man will. Aber ihr seht schon, ja, aber was ist denn optimal? Ja, da gibt es kein Optimal. In manchen Fällen wird das eine besser sein. In manchen Fällen das andere besser sein. Das wissen wir alle erst im Nachhinein. Aber beide Szenarien sind dafür geeignet, positive Ergebnisse zu generieren. Und das ist die Aufgabe als Händler. Nicht die Zukunft vorher zu sagen, was sich viele wünschen. Mensch, sag doch mal konkret, was soll ich hier machen? Also konkreter kann ich es im Moment nicht sagen. Jetzt gehen wir mal auf den Nasdaq. Das ist ein wunderschöner Schub hier. Das ist ein echtes Tief. Ihr seht, wo der Kurs herkam. Von oben. Ich kann noch mehr rauszoomen. Von oben. Das ist also eine absolut erste Welle. Ja, was soll es sonst sein? Der Kurs kam ja von hier. Zugegeben, es gibt noch so ein Szenario für eine Seitwärtskorrektur. Das lasse ich jetzt in jedem Moment mal weg. Das irritiert vielleicht den einen oder anderen. Ist allerdings insofern wichtig, wenn sich manch einer wundert, wenn das doch wirklich so toll ist, Rüdiger, dann müsste das doch immer klappen. Ja, das stimmt, aber so toll ist es nicht. Stichwort, es könnte theoretisch auch Teil einer Seitwärtskorrektur sein, die wir hier haben. Und damit ist das zu Ende und die Kursbewegung geht runter. Das ist übrigens der Grund, warum wir mit Stops arbeiten müssen. Denn wenn wir eh immer richtig liegen, kann ja nichts schief gehen. Ja, liegen wir aber nicht. Deshalb ist das mit den Stops so relevant. Und deshalb ist auch der Einstieg relevant. Obwohl viele sagen, ach komm, ich steige hier einfach ein. Ist schon so hoch, wie lange nicht mehr. Mache ich einfach mal. Aus meiner Sicht bietet sich das hier an in dieser Situation. Wir haben einen wunderschönen Anstieg. Jetzt auf was Wackeliges oder Korrektives, Korrektives auch sehr gerne, ABC-mäßiges warten, Trigger abwarten und weiter. Jetzt haben wir heute eine Sondersituation. Heute um 19 Uhr, wegen sommerzeitbedingter Zeitumstellung in Amerika, schon um 19 Uhr. Will die FED ihre Zinsentscheidung veröffentlichen? Ich glaube nicht, dass das den Markt bewegt. Aber das begleitende Statement und die Pressekonferenz darum, die hatten sehr großes Potenzial, den Markt zu bewegen. Also 19 Uhr und 19.30 Uhr müssen wir damit rechnen, dass der Markt rumwackelt. Möglicherweise ist das genau der Zeitpunkt, wo wir hier diese Korrektur sehen. Die muss nicht so groß sein, wie ich es jetzt hier gezeichnet habe. Also die kann zwar von der Höhe, von dem Ausmaß durchaus so sein, aber es kann sein, dass sie viel kürzer ist, als ich sie gezeichnet habe. Dass sie heute Abend noch anhält und anschließend der Kurs dann eben in die entsprechende Richtung weitergeht. Das werden wir heute Abend sehen. Ich vermute, dass wir vorher nichts Brauchbares mehr haben. Wir werden auch vorher in diesen Zeitsegmenten, in den kürzeren, nicht mehr handeln. Jetzt noch einsteigen? Naja. Jetzt schon vorher ahnen, was die FED uns erzählen will im Statement. Ich kenne eure seerischen Fähigkeiten nicht. Ich traue mir das nicht zu. Da behalte ich mich lieber bedeckt. Zu gucken, wie sich hier einige Leute um ihr Konto bringen und anschließend dann zu sagen, es sieht so aus, da steige ich ein. Vielleicht sieht es auch so aus. Dann gehe ich natürlich nicht long. Dann habe ich ja die starke Abwärtsseite. Dann suche ich die Short-Seite. Und offensichtlich sind die Marktteilnehmer noch nicht so glücklich. Und dann geht es weiter nach unten. Welches dieser Szenarien kommt, weiß ich nicht. Ich kann sie aber gut voneinander unterscheiden. Wenn ihr in der Lage seid, diesen Verlauf von diesem Verlauf zu unterscheiden, seid ihr gut drauf. Wenn ihr das nicht unterscheiden könnt, was ich auch manchmal nicht kann, dann mache ich halt für eine Zeit lang nichts, bis ich es wieder gut unterscheiden kann. Also heute FED-Entscheidung. Ganz wichtig nochmal für alle, die das gerne nochmal sehen mit den Augen. 19 Uhr haben wir den Offenmarktausschuss hier, der FED gibt einerseits die Zinsrate bekannt, 0,5, also ein Anstieg um 25 Basispunkte wird erwartet. Wir werden sehen, ob es vielleicht eine Abweichung gibt, aber ich denke mal, man kann damit rechnen, dass es so ist. Große Überraschungen sind nicht zu erwarten, glaube ich zumindest mal. Aber was weiß ich schon, entscheidend wird das Statement sein und um 19.30 Uhr die Pressekonferenz. Nicht mehr ganz so wichtig, möglicherweise ist es GDP in Neuseeland, es sei denn, ihr macht irgendwas mit neuseeländischen Dollarn. Aber das wird den Markt an sich natürlich nicht bewegen, auch wenn das hier rot gekennzeichnet ist. So, also das heißt, wir haben gute Voraussetzungen aktuell. Warum? Weil wir hier einen guten Start haben. Was wir brauchen, ist idealerweise was Korrektives. Zur Größe der Korrektur, messt vom tiefsten Punkt zum höchsten Punkt dieser Hauptbewegungsrichtung und geht am besten von so einer Bewegung aus, die irgendwo hier hingeht und das nicht einwellig, sondern dreiwellig oder mehrwellig wackelig. Das kann auch kleiner sein, es kann auch knapp oberhalb sein, aber es sollte schon in die Nähe dieser Marke kommen, aus meiner Sicht. Um wirklich zu zeigen, dass das eine ernstzunehmende Korrektur dieser Bewegung ist. Wenn ihr hier nur sowas bekommt, ist das auch eine coole Korrektur, spricht auch für die Verlängerung. Das ist aber mit Sicherheit nicht die Korrektur dieses gesamten Anstiegs. Das kann man ziemlich wahrscheinlich ausschließen. Das heißt, dann schon anzunehmen, dass er gesichert das macht, ist nicht rational. Das kann passieren, aber das ist dann nicht vorhersehbar anhand dieser Geschichte. Weil da kein Bezug zwischen dieser Wackelei ist, den kann man auch weglassen und sagen, du war halt irgendwie und ist halt weitergelaufen. Aber das kann man nicht aus dieser Geschichte ablesen. Macht er eine hinreichend große Korrektur, ihr habt es gesehen, wie man das macht, dann ist das sehr realistisch, dass wir diese 1 zu 1 plus x oder vielleicht dann auch nicht mehr nochmal bekommen. Also gute Voraussetzungen, was die US-Aktien angeht. Schauen wir mal auf den deutschen Markt, da ist es ähnlich gut, allerdings das Verlaufsmuster ist ein anderes. Wenn wir hier den DAX zum Beispiel angucken, starke Aufwärtsrichtung, jepp. Da würde ich mir in dieser Größenordnung, also nicht so sehr in dieser kleinen Größenordnung, sondern in dieser etwas größeren Größenordnung jetzt einen Rücksetzer vorstellen. Und das meine ich nicht böse. Einige haben noch in den Ohren, ja, aber du hast doch gesagt 8.000. Naja, das ist im Moment der starke Anstieg. Was soll ich jetzt über 8.000 nachdenken? Solange die Abwärtsseite schwach bleibt, ist auch hier mein Credo, dass es eher nach oben nochmal geht. Dann gibt es vielleicht später noch die 8.000, kann ja alles noch passieren. Weiß ich nicht. Aber doch nicht, wenn ich so einen Anstieg habe und einen sehr schwachen Rücksetzer, da gehe ich noch nicht short. Short gehen würde ich hier lediglich, wenn wir eine sehr starke Abwärtsseite und etwas sehr Wackeliges aufwärts bekommen, oder ABC-mäßig aufwärts bekommen, dann gehe ich natürlich an der Stelle short. Und dann gucken wir mal bis dahin und vielleicht ja auch noch tiefer. Das hängt davon ab, was wir hier bekommen. So, das heißt, an dieser Stelle jetzt natürlich nicht mehr kaufen, wenn, dann wartet irgendwelche ABC-Rücksetzer ab. Da kann man kaufen. Ob das jetzt ein besonders toller Punkt ist, ist mal dahingestellt. Aber immer, wenn ihr seht, welche Seite die schwächere ist, das ist ein gutes Zeichen, wenn ihr sowas seht und dann seht ihr eine ABC und dann triggert der, ist das grundsätzlich mal ein gutes Zeichen, was die Richtung angeht. Das kann auch irgendwie mehrfach wackelig sein, das ist auch alles in Ordnung. Wichtig ist nur, die eine Seite soll stark sein, die andere schwach. Dann habt ihr eine Idee, was richtungsmäßig wohl die bessere ist. So, im Moment ist es nach oben relativ stark. Wenn es jetzt natürlich so runter käme, dann wäre ich da skeptisch. Wenn wir aber sehen, diese Stärke ist besser als diese Stärke, dann eben entsprechend die Long-Seite. Zusammengefasst, die Aktienmärkte also aktuell überhaupt nicht in schlechter Stimmung. Trotzdem rechne ich mit dem Rücksetzer nicht zwingend jetzt heute Abend oder jetzt gleich. Für den kürzerfristigen amerikanischen Markt kann ich mir heute Abend durchaus vorstellen, weil das Ereignis der FED ist bewegungsbringend, sagen wir es mal so höflich. Das ist nicht notwendigerweise für den DAX das Gleiche. Zumal es ein etwas anderes Gesamtbild ist, also vielleicht eine Größenordnung größer hier, was ich hier sehe. Trotz alledem, also es kann auch sein, dass es noch ein bisschen weiter steigt, bevor das passiert. Das wäre aber der Zusammenhang, den ich im Moment in dem Chart sehe. Und bekommen wir das, haben wir ein ganz gutes Bild, bekommen wir es nicht, dann notfalls noch mal ein paar Minuten wieder zugucken. Oder auf einer kleineren Ebene dann suchen, ob man da entsprechend was findet. In diesem Sinne euch jetzt erstmal alles Gute. Ganz liebe Grüße, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.